Ja, ja, wir gehen rein und wieder raus. Ich hab grad dreieinhalb Leben. Gibt's denn nicht so'n Trick mit, ähm... Ja, ich kenn den auch. Kennst du den? Weißt du, der geht? Herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Team Wars. Ähm, heute nehmen wir zwei, beziehungsweise eventuell auch drei Folgen auf, deswegen können wir es ja betitelt haben. Ich bin kein obdachlose Penner, ich, ähm, nehm einfach die Folgen direkt hintereinander auf. Mit dabei ist der Corona-Kranke aus dem Arschwissen der Endercrack. Ah, ne Maul. Ah, geil. Äh, ja, wir haben heute, kann haben wir das vor, ich will mal sagen, ein bisschen Mining. Äh, Lohnungskraft zusammen, Sam, maybe fighten wir gegen den eventuell gleich. Hoffe ich mal, ich will den Kill endlich mal haben. Und, äh, ja, ne, wir sind vorhin gestorben, an dem Creeper. Ähm, auch sehr interessant. Und ich will sagen, wir gehen rein. In, drei, zwei, ein, rein da. Ich bin doch in der Höhle, ne? Ja, ich bin ein bisschen weiter draußen. Ich weiß. So. Ich bin alleine. Wir brauchen Essen. Fight. Ey, Junge, was willst du eigentlich? Du bist ohne Verretten, oder? Äh, ich kann mal kurz... Ah, hier ist das Sklettpferd. Übrigens, hier waren Sklettpferde. Ich weiß. Ey, nur so, du musst das deutlich unterschätzen, ne? Wir sind so zweit. Ja, aber wenn du schon bald einen hast, ne? Das heißt, der ist vielleicht nicht so schlecht in den Griff. Ich werde mich schon sehen, wenn wir sagen, oder? Soll ich mich tatsächlich erinnern? Äh, fam, du mal business stuff. Ich hab unser Eisen. Ähm. Komm, genau so. Okay, ja, komm mal hoch. Komm, hoch. Ähm. Wir brauchen noch Essen. Das hat, das hat Sonntag begonnen. Es ist, äh, Mittwoch, ne? Ja. Das ist ein Schiff. Oh, da ist ein Schiffrack. Da ist ein Schiffrack. Das, gehen wir mal schnell. Weil im Schiffrack ist Self-Call-Dias oder sowas drin. Also nicht Self-Call, aber recht sicher. Der, oh, nein, eh, nicht der. Der ist ja wahrscheinlich sicher. Ja, werden wir schon sehen. Also, du bist ja nicht live, ne? Ne, ich bin grad nicht live. Du? Nein, aber Koordinaten, bitte. Meine sind von den Camper, denke ich, also. Äh. Oh! Äh, das hat sich auch schon erledigt. Das hat sich aber erledigt, ja, gut. Das hat sich auch noch erledigt. Äh. Und mit dem Feind, der auch noch kommt, wie, das hat sich auch schon erledigt. Jungen. Wie, wie, das kann der? Hab ich so eine Aura, oder warum verriegt? Direkt jeder, wenn ich auch nicht komme. Hm, davor war es verreckt, jeder, wenn man dich, wenn man dich sieht, lull. Ja, ich bin ein Aura. Ähm, lass ich die Koordinaten kurz sagen. Warte, warte, ich geh kurz zum Schiff, und dann seh ich die Koordinaten auch noch hier. Alle machen heute ja eh mehrere Aufnahmen, weil du kommst eh nicht drauf an. Ja. Ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja ein Waypoint von so einem Dings, wo wir da, äh, letztes Mal aus... Ein Waypoint zu haben. Ich hab... Wir haben gesagt, nein. Ich hätte mich die Koordinaten noch aufschreiben können, lull. Das ist nur ein großer Unterschied. Machst du eigentlich die Schalker? Nein, nein, wir machen doch nur die Schalker, weil er ist sich schon reingeschissen. Ey, hier hast du eine Stimme schreit, das ist nicht normal. Ja, dann sag mal, wo ihr seid, oder wo du bist. Ich bin gerade im Wasser. Da finden wir nicht die. Tag mir die Koordinaten, du Spast. What the fuck? Ja, ich bin im Wasser. Was bringt das? Ich bin bei... Ja, ich komm hin. 180 Z? Ja, äh, Z ist plus. Okay. Dann komm ich, ne? Ich bin auch für die schöne Nacht. Mann, wie soll ich jetzt da hinkommen? Was ist denn überhaupt? Ich verkauf mir kurz ne Tür. Ja, grundsätzlich, wir hatten ja Gegnerkontakt, also du zumindest, und du gehörst auch zu mir. Ja. Achso, ist für uns jemand, die Regen wieder ein bisschen nach vorne mit dem Gegnerkontakt, ja. Da fuck, ich hab ein scheiß... Ich hab ein scheiß John beim Boot aus dem Senden angefangen. Ein Baby John. freke Klatsche, sagst du, wie es ist, ne? Ich hätte ihn so weggeschaut, wenn ich ihn gesehen hätte. Bist du richtig krass im Wasser? Ich bin halt in einem Boot. Äh, in einem Schiff, so. Schiffrock. Ja, okay. Das war der größte Reinfall meines gesamten Lebens. Rat, was da drin war. Gar nix. Scheiße. Scheiß zwei Goldene Gits. Wow. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass jeder einfach geregten ist, aber what the fuck. Ja, aber jeder verregt und selber verschwunden will. Ich kippe dich immer noch. Ich habe Lava abgeklemmt. Bin hungesprungen, dann war er tot. Aber ich war, glaube ich, wegen Server. Äh, keine Ahnung. Ah, dann will ich den Clip sehen. Soll ich schwimmen gerade wieder zurück? Ah, ist der Channel. Top, kannst einsteigen. Einsteigen. Ich würde mal sagen, da es aufgeluchtet ist, können wir mal so ein bisschen mal in die Richtung schwimmen. Ähm. Äh, es lebt noch René. Äh, ich glaube, drei Teams. Zumindest stand jetzt. Ich weiß nicht, wer alles genau lebt. Ähm. Und ein paar Solos. Und man, die sind bis heute noch nicht gekommen. Ja, eben genau. Die Wotraut, der Krawo, die Teresto. Ich glaube, das Schiff war davon schon geglutet. Ist gerade Nacht. Ja. Oh. Ich habe Time Changer an. Okay. So. Da ist ja ein Drone. Ja, und halt ein Schiff, Red. Nämlich das Blut fest. Der in die oberen Kiste hat er hat. Äh, Buried Chest ist hier. Das war's aber auch. Ja. Oh, ich habe hier eine Geräte. Ich habe hier eine Buried Treasure. So, musst du da hingehen? Oh, was ist das? Für Dias? Maybe, I don't know. Eine Treasure, ja. Die ist ja nicht gut, meistens. Ich bin nicht mit dir irgendwo. Okay, wir müssen... Jaguar? Ja, chill. Ich bin ja mit dir. Wir machen jetzt Sea of Thieves, äh, Sea of Thieves, äh. Also, die Minecraft ist ja schon davon. Wieder in die Schuhe. Warte. Wir müssen so in die Regen so schwimmen. Sea of Thieves. Gibt es denn nicht so einen Trick mit, ähm... Ja, ich kenne den auch. Kennst du den, weißt du, der geht? Ja, kenne ich nicht. Ey, bin ich ja. Oh, fuck. Haben wir den angeschaut? Nein. Ich überhaupt nicht. Pfff! So in Edien, Junge. Hä? Hat er irgendwie... Ist er lebensmüde? Der ist, der ist mir gefällig, der war anders. Scheiße, Junge. Ja, wir sind richtig... Hier ist es ungefähr. Ja, am besten hier... Geh, ne? Hier mal klatschen, okay? Ach, ein Creeper. Warte. Vielleicht nicht zu gehen lassen. Doch. Wir haben Schatz gefunden. Echt? Nein. Ja, aber lustig. Also. Okay, Buried Treasure. Warte. Das Ding ist... Warte, nein, nein. Ist nicht hier. Es ist... Hier ungefähr. Hier im Wasser so. I don't know. Hier. Bei mir. Ist bei mir. Ah, da ist der, Junge. War gerade... Er ist gerade weg? Also hier ist es ungefähr in dem Bereich. Warte, ich gebe dir auf die Map. Das ist egal. Und wir wollen halt essen. Das ist wichtig. Weil ich habe gerade nichts außer einen goldenen Apfel. Was ist da drin? Na, die Amounts. TNT, ui. Sie auf der Horde. Einfach nur für den Flags. 6 Gold. Wir können auch ein Portal bauen, theoretisch. Äh, Portal bauen. Achtung. Ist kein Wesen. Ich habe aber TNT. Ist geil. Also Schatz war auch weit entfernt vom Boot, ne? Die hätten es fast geschafft, die Piraten. Aber sie haben verkackt. Ja. So, wir brauchen auf den Lavasee. Dann kieft es ein Portal und gehen wir sagen ins Nether. Ähm, morgen... Ne. Morgen wird die World Border um 1000 Böcke verkleinert, weil einfach basically gefühlt... Ähm... 1000? Ja. Also halt... Sind eh gerade 4000 in die Richtung, deswegen ist es jetzt nicht so krass. Aber halt... Wurde es von 4000 auf 3000 in die Richtung. Aber ist es gekannt? Ja, ja. Ist schon hingeschrieben. Okay. Nicht, dass Leute mir daran ist verreckt, weil es wirklich doch 1000 sind, nicht einfach 200. So wie sie gedacht ist. Ja, aber so viel sind schon gestorben, deswegen. So viel ist einfach unmöglich, ja. Ich weiß nicht mal. Ist das so ein Zeit? Äh, weiß nicht mal. Nee, der steht an seinem eigenen Grundweil. What the fuck? Yo, das ist geil hier. Geht's hier runter? Geht's hier runter, krass? Nicht wirklich. Also ich fand... Das haben nicht immer alle gesagt. Nämlich... 2020, 22 und so. Sind meine Spiele viel besser geworden. Also früher sind wir 15. Ist das so ein Ding, oder? Kann ich jetzt nicht verifizieren. Ja, du bist scheiße. Aber das ist einfach ein Super-Pion alles her. Ist ja krass. Ich weiß nicht, geworden. Aber... Wie kann das trotzdem sein, dass du dich einfach so... ... facken schnell am Kopf abgeholt hast? Oh, habe ich gerade einen Lavasee gefunden? Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht, wo du bist, ne? Ähm... Ich buddel mich kurz irgendwo ein. Jo. E-Kohle nannst du aber nicht richtig... Äh... Ja, was soll ich sagen? Ich hab keine... Ich hab keine Kohle. René! Oh! Falsch? Ach nee, der Arme. Können wir den nicht anziehen, okay? Wir sind ja brav. So, Goldeisen. Oh, let's go. Aber die können wir dir eigentlich nicht so gut sagen. Ähm... Nichtsverständlich. Ja, ja. Ich kann sehr stummen. Ich glaube, ich bin brav dafür. Hm? Ich brav, okay, dass ich stumme. Ich hab auf jeden Fall noch... Äh... Ich hab neun... Neun Gold. Werde? Ich bin... Für den Fall der Kuh, Mensch. Was? Ich bin 5 und die Kuh, Mensch, sag ich. Äh? Ey, was haben diese Entities bei mir, dass sie sich immer... in der eigenen Achse herumdrehen, Alter. Was ist das denn? René war kurz... René ist einfach kurz in den Spectator kurz gegangen. Warte. D... O... P... E... N... R... 05. Oh, Mann, ey. Ah, krottisch. Gott, Frage ist mir nicht, dass die Dive noch höher ist. Hast du es verkackt, oder? maybe... Einen Bereit? Hast du es einen Block breit gemacht? Nein. Aber das nicht... Oh, Mann, ey. Du doch nicht. Warte mal, hast du ein Feuerzeug? Ich schon. Ich hab Wasserbring, fällt mir auf. Papier brauchen wir nicht, drei Bücher hab ich. Warte, ich verbrenne noch kurz, ey, verbrennschlechertig, oder? Du holst die drei Gold, die du schmelz aufm. Ah, okay, fuck it. Ich glaub, drei Dias will ich nicht vergessen. Wischen wir nicht im Nether machen. Bisschen traden, maybe netherite farm. Ah, du hast doch drei Gold, oder? Äh, drei Dias. Ja. Mach daraus den Tierpick und nütze die für Notfälle. So, geh mal Konaten. 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 Doch, macht Sinn. Nein, macht es nicht. Warum nicht? Wir haben ja nicht mal Tier. Wieso sollen wir im Nether gehen? Es macht keins wie ihr Verrecken dort. Wir spielen kein fucking Biome. Ich geh da nicht rein. Das macht keinen Sinn. Wir gehen in Nether für nix. Netherite bringt uns auch nix. Ja, ohne Tier. Ja, wirklich. Oh. Okay, ja, smart. Wo bist du gerade? Ich baue das Portal jetzt ab. Mit was? Mit was? Oh Junge, warum? Das ist doch da. Warum? Nee, warum nicht? Wo bist du jetzt gerade? Gibt hier ein Portal? Ja, wenn du doch heute Nacht denkst, was so ein Portal ist. Mann. Damn, Bro. Du bist richtig weit gelaufen. Ja, oder? Ja, aber halt keine Spawn Traps. Any Crystals? Meinst du any Crystals? Klar. Endlich. Es ist nicht. Es ist nicht erlaubt. Nee. So, ähm. Wir laufen, laufen, laufen. Okay, René ist auf dem Server. René, wo bist du? Du bist. I wanna beat his ass up. Wer weiß. XDE. XDE, Allah. Ähm. I wanna beat his ass up. 50 ungefähr, ne? Was? Wo ist Zed? Zed? Bro, ich war in der Nähe. Ich hab 50 verstanden. Jetzt bin ich gerade 5 weit blöckig gelaufen. Egal, er schlacht ein paar Hühner unterwegs. Ich schlacht ein paar Hühner unterwegs. Ich schlacht ein paar Hühner unterwegs. Ich hab ihm noch keinen Huhn. Oh, wie cool er schon, doch. Chillig. Chillig. Chillig, ja man. Chillig, ja man. Chillig, ja man. Chillig. Oh yeah. Ich hab mein Boot nicht mehr. Das hab ich. Ich hab einfach geklaut. Weil ich bin krass. Und du stinkst nach Kraut. Okay. Ähm. Whack. Also Leute, ich weiß wie was das ist. Es ist jetzt bis letztlich so ein spannendes Projekt, aber es war viel besser geplant. Problem ist nur, andere einfach irgendwie vergessen wieder reinzukommen. Ganz typisch, kennt man ja. Ähm. Ja auch genau so nicht spannend. Das ist halt normal. Dass es so ist wie es ist. Das einfach Hälfte von nicht online kommt? Nein. Ich weiß nicht was du dir dabei denkst. Dass es jetzt jede Folge einen Teil oder so gibt. Nein, nein. Ich mein halt das einfach so. Es werden eigentlich viel viel aktiver hier auf dem Server. Aber halt. Hier kommen sie kaum Leute. Hier sind nur so 10 Leute online. Ach so wie immer war es so, dass keine Leute da waren. Die haben meistens spät aufgenommen. Dass extra keine Leute kommen. Dass sie in Ruhe fahren können. Mhm. Und dann haben die halt zu sagen gesagt, yo ey, wer hat Bock auf ein Fight. Ja. Aber auch nicht in der dritten Folge. Also. Mhm. Was du dir dabei denkst. Du willst mit fucking cool Eisen in den Nether gehen. Ohne Verzauberung. Das hat nichts mit dem zu tun. Ähm ich bin jetzt bei minus 450 und 500. Da müsste es in der Nähe sein. Digga. Ja, hallo. Na, Zahn. Komm schnapp. Junge. Gerade schrocken. Guck. Hier ist es. Guck. Hier ist es. Das 1x1 Portal. Ich geh nicht rein. Ganz vergessen. Egal. Wir machen Fake Call. Ja, ja. Wir gehen rein und wieder raus. Das verrecken war einfach. Oh, geht sogar voll. Ich geh wieder raus, ne. Ich bleib hier nicht. Also das Spawn hier sind wir echt beschissen. Warte. Verkomm ich mich mal ganz kurz hier. Was gibt's hier? Hier ist Gold. Was ist da hinten? Ja, ssssssss. Ssssss. Ssss. 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 Oh, ja. Ich hab gedacht, ich hab nen Baby Schauf in den Spottes. Oh, ne. Dears. Sind wir grad die einzigen ohne Dears? Ja, ich hab 3 Dears. Ich hab keine Dears. Ich hab keine Dears. Die sind auch am Farmen. Das ist der Unterschied. Jan. Okay, ähm. Ähm. Wie gehen... Wie meinen? Keine Ahnung. Gehst du und lass in die Höhle gehen. Gehen in die Fette. Wo wir vorhin waren? Wo ist die? Wie da vorne, glaub ich. Hm? Ich kill noch paar Schweintieren und so auf dem Weg. Ja, irgendwas ich glaub komm auch so. Oder wie werden sie gleich gekickt? Warum? Die Aufnahmen sind schon 21 Minuten. Ne, ne. Ne, ne. Dauert glaub noch ein bissel. Ja, egal. Können wir gleich eine neue Folge aufnehmen. Sagen diese nächste Folge werden wir gleich wieder meinen. Wo? Ah, hab's, 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 hab's. Pokémon. Pokémon. Warum schnappi? Ich und du. Mit allem, was ich auch tue. Wir machen gut. Wie kann der im Sinne, wenn ich ersterbisch immer stehst muss? Ja, was ist noch mal hier? Ey, hier gehst du runter. Hier gehst du runter. Komm her. Wo wir was denn eingemachen? Wir haben hier eine Eisenfarm. Bro, wir haben genug, Alter. Wir haben 30 Eisen. Man kann nicht genug Eisen haben in so einem Projekt. Vergiss den Ambos nicht, okay? Den Ambos, der liegt schon Eisen. Aber ne Schalko ist... Kohle. Kohle wäre auch wichtig jetzt hier noch. Ne, ne Eisen. Darf ich kurz, äh, X-E-Things bekannt machen? Ja, ja. Okay, weiter. Ach so, Zombie. Was für ein Zombie? Ich kann's mal schlagen. Das ist scheiße, wenn ich dich schlagen kann. Und schlag mich halt eben nicht. Ja, ich mein, wenn ich, wenn ich, wenn wir fighten, weißt du? Ja, ja. Ey, es ist ein Deep Slate. Hier, guck. Wir sind doch grad bei Höhe 12. Ich bin auch so tief gewesen. Pass auf, wenn wir nicht das Lava nochmal durchkommen, weil es nicht durchgeht, das Lava. Ey. Oh. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Gut, Freunde. Ich muss sagen. Ich muss sagen. Das war's mit der... dritten Folge von Mark of Teamworks. Wir sehen's morgen wieder am Punkt. 19 Uhr. Zu einer weiteren, frischen Folge. Wo wir eventuell ein paar DS finden. Ähm. Gut. Wir sagen dann viel Spaß. Mit... Das ist ja klar, was der gerade macht. Hausaufgaben, was weiß ich. Und... Und... Was? Nächster Scheine. Okay. Zum Beispiel. Und... Ähm. Folgt doch auf Twitch. Twitch. Twitch.v. Oder Endercrank. Mit Doppel A. Oder für unseren Podcast. Depperten Comedy auf Spotify. Könnt ihr gerne fünf Stunden lassen. Ähm. Damit ihr auch wenigstens ein bisschen empfohlen werden. Übrigens, wir wurden heute heute einen Podcast empfohlen von irgendeinem neunjährigen auf Spotify. Sein Thema war heute einfach so, warum er es hasst auf Lego schon hinzutreten. Pfff. Gut, ich muss sagen. Ähm. Das war's. Und ja. Tschüss.